so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal sorry fürs rumschreien gerade am anfang schreie ich ja immer rum aber egal heute gibt es eine batterie die mich ich glaube ich war noch nie so geflasht von der batterie wie von der lethal whistle von explod die habe ich zum ersten mal bei röder gesehen und ihr könnt mir nicht glauben wie unfassbar geflecht ich von diesem teil war es ist eine heuler batterie mit bouquet also es gibt ja die ambush zum beispiel es gibt die pounding napalm aber nichts kommt an diese bösartigen heule ran wie von der lethal whistle leute das ist so krank abartig geil so sieht das hier drin aus die ist auch so hoch die ist wirklich hoch 470 gramm hat das teil und ich habe eigentlich schon alles gesagt unfassbar bös kreisende heuler mit einem bouquet am himmel was ich auch sehen lassen kann ich glaube gar nicht weiter darum jetzt gibt es einfach die liefer whistle von explod und überzeugt euch mal selber los geht's ich glaube jetzt schon eine unfassbar krasse favorite cake an diesem semester von mir ja wenn wir das hier aufkriegen dann finde ich die auch für euch an ja ich merke die lunte das ist alles viel spaß mit der liefer zu viel versprochen jungs aber wird das nicht wie viel wissen haben wir haben wir gehen haben wir haben wir gehen und 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 Bis zum nächsten Mal.